So, ich hoffe, dass ich mit der GEMA keine Probleme kriege, weil manche Musik vielleicht nicht GEMA-frei ist und das wäre dann natürlich blöd, wenn ich das Video dann irgendwie schneiden müsste nochmal. Aber das hat sich Gott sei Dank schon geändert, da sich YouTube und GEMA endlich mal geeinigt haben. Ende des Events in 28, äh, 25, 24 Sekunden. Und warum ist die Musik jetzt so scheiße laut? Warum nicht? Schaffe ich es als erster, als erster abzuschließen? Ja. Yeah, erster 8400. Nice. Äh, wie kann man denn nochmal Geld auf das Bankkonto machen? Du musst dein Handy aufrufen, dann Internet, dann gehst du auf Finanzen und Dienste, dann das ganz untere. Da kann ich mir vermutlich nicht viel leisten. Äh, ich frage mich gerade, wo du bist. Dann, dann. Na da. Und was musst du denn machen? Bitte? Was musst du machen? Musst du ein bisschen andere Missionen machen? Hm. Hm. Machen wir ja mal so irgendwas. Lost Team Standing. Oder, aha, oder Stuntrennen oder soß was. Stuntrennen wäre vielleicht auch interessant, ja. Hm, Bösenheit. Das ist das Album, ja. Ah, wow. Ganz kurz. Audio. Ich kann ja alles normalerweise ein bisschen leiser stellen. Oh, 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 oh. Alter, da kommt dort ein Klassiker bei mir, it's the river of the night! Welchen Sender hast du denn da drin? Ähm... Entschuldigung? Ah, 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 ah... Non-stop-pop Non-stop-pop Wer ist... wo? Keine Ahnung, der war bei mir eingestellt. Ich hab's gerade unter den Einstellungen nachgesehen. Ach, es gibt ja noch die Sonderdinger da mit den Gefängnisausen und so weiter. Ah, ja. Ah, da bräuchten wir, da müssten wir fast zu viert sein. Das wär nämlich auch mal richtig witzig. Da glaub ich hätten wir auch unseren Spaß und es gibt mir viel Geld und so weiter und so fort. Mhm. Oh, Skyforge installiert. Ja. Ja. The night. Ja, ich hab's jetzt auch drin. Bitte was? Hab's auch drin, jetzt im Sender. Jawohl, oder geile Musik. Ach so, Entschuldigung. So. Hallo. Ich wieder. Goddammt, der hat. Das ist mein Hosen. Ja. Ja. Ich hab mir gerade in den Gans genommen. Ich muss mir noch irgendwer eins mal machen. So. Wo gehen wir hin? Markier mal irgendwo. Ich hab irgendwas markiert, aber ich weiß nicht was. Muss ich mal kurz jetzt aufmachen. Ähm. Ampartment deines, eines Freundes hast du. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Hm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich eigentlich noch mal bin. Oder wo wir sind. Ich bin gerade in der Map. So, was haben wir hier? Bunker Serie, was denn das? Äh, ich bin blöd. Ich seh dich konzentriert nicht. Hm. Hm. Warte mal, da gucken wir jetzt mal hin, Bunker Serie. Ist ja jetzt scheißegal. Äh, siehst du mich? Hallo. Ja, aber ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da die Missionen wegbringe. Achso. Die, wo ich noch hab. Hochdeutsch, Hochdeutsch. Ja, ja. Ich versuch's. Ja, wie gesagt, ich hab's ihm per WhatsApp schon geschrieben. Das kriegen wir schon hin. Das schaffen wir. Ja, ja. Wie kann ich die aktuelle Mission abbrechen? Hm. Geht das übers Handy, kann das sein? Ja, ich verschau grad. Ja, ich versuch's. Warte mal, wir werden auf jeden Fall noch machen. Rockstar Games, Com, Social, Glub. Den Glub anzumelden und registrieren. Das werd ich mal privat machen. Ja, bin ich glaub ich auch schon... Was ist das? Einstellungen. Ähm, bla bla bla. Ich würde gerne mal meine allgemeinen Statistiken sind Fähigkeiten, dass ihr mal seht wie schlecht ich eigentlich bin. I want it get away. Hey, hallo. Bist du ready? Ich weiß zwar nicht ob ich kann es irgendwie nicht abbrechen. Ok, mal gucken. Vielleicht kommst du trotzdem. Ja, wenn ich sehe. Keine Ahnung. Weil das sollte jetzt gleich hier sein. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Du Arsch. Ich weiß nicht wo du siehst. Da. Hier, hier, hier. Da ist bei mir nix. Warte mal, ich fahr mal zu der Main. Warte, 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 ich folg dir. Vielleicht kann ich da auch mitmachen. Ich seh so nichts. Das war ein bisschen zu weit. Oh, dein Auto geht ein bisschen schneller als das meine, habe ich dir geschürzt. Ja, oder, warte mal, steig einfach rein. Oh ja, mein Auto ist sowieso sch... Ah, Mr. Coolman. Weeeeee. Bär. Bär. Bob- typ mann! Beie Hände am Renkrad. Hahaha. Ich finde das so geil, dass Renkrad ist selbst an deine Füßen eingebackt. In den Oberschenkeln. Das sieht schon geil aus. Das ist wie ein richtiges Rennauto. Das ist noch nicht fertig. Ich sehe schön, wie schnell du fährst. Ich bin gerade in Ego-Perspektive. 116? 122 warst du kurz. Cool. Zeigt das im Malen oder im Geometern? Über Stunde. So, liebe Zuschauer. Wenn wir jetzt ein Live-Streamer hätten, soll ich es machen? Oder nicht? Live-Streamer. Oh, lecker. Könnte ich jetzt sehen, wer ja schreibt, dann würde ich es machen. Wie kann man denn nochmal den Fucker oder so zeigen? Das ging doch auch irgendwie. Keine Ahnung. Ich kenne mich in YouTube nicht aus. Nee, ich meine jetzt beim Spiel. Gar nicht schnell. Meine Nachrichten. Genau, da war bei mir jetzt. Da ist bei mir nichts. Bei mir gar nichts. Hm. Hallo. Ich sehe da Wasser. Hallo. Wie kann ich da? Das sollte doch normalerweise über das Handy gehen, oder? Hätte ich mal gemeint. Aktueller Job, da gibt es doch irgendetwas. Schneller Job. Job-Liste. Hast du da schon mal einen reingeguckt? Job-Liste. Ja, abgeschlossen. Ab, äh, geschlossen, geschlossen. Die habe ich abgeschlossen. Vielen Dank.